Leute, heute mal ein bisschen düsterer. Ähm, es geht ein Bot rum. Und ich hoffe, dass ich euch rechtzeitig warne. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch relativ schnell checken. Achtung, da darfst du nicht drauf reinfallen. Es gibt eine Menge, Menge Leute, die sich gestern und heute bei mir gemeldet haben, weil es einen, ich weiß nicht, ob es ein Bot ist, ob da jemand dahinter steckt, der das manuell betreibt. Ich weiß es absolut nicht, aber es ist ein Bot, der sich als mich ausgibt und euch verraten will, dass ihr irgendwas gewonnen habt. Ich zeige euch gleich die Masche. Und Achtung, das heißt nicht, dass das jetzt nur auf meinem Kanal so ist. Es könnte sein, dass ich vielleicht gerade der Anfang bin, weil ich ja jetzt gerade diese Verlosungsvideos gemacht habe. Und das könnte jetzt auch bei anderen YouTubern sein, die auch Apex machen und auch gerade Coins verlosen, weil sie EA-Partner sind. Und so weiter und so fort. Deswegen passt da genau auf. Deswegen schon mal vorab die Info von mir. Wenn ich etwas verlose, habe ich natürlich gerade gemacht, dann informiere ich darüber. Und ich informiere auch immer, was es zu verlosen gibt. Wenn ihr aber auf einmal von mir kontaktiert werdet, und das werdet ihr niemals, weil ich immer sage, der Gewinner gemeldet sich bei mir und nicht umgedreht, dann ist da was faul. Vor allen Dingen, wenn ich anfange, euch in der Nachricht zu siezen, dann hört es schon mal auf. Und vor allen Dingen verweist es auf einen Discord-Kanal. Achtung, ganz wichtig, ich werde niemals ein Gewinnspiel über Discord machen, weil ich hasse diese Plattform, weil die sowas von meiner Meinung nach benutzerunfreundlich ist. Das geht überhaupt nicht. Ich mache sowas immer offiziell. Ich kündige das an. Und dann kommunizieren wir auch immer über Instagram. Wer kein Instagram hat, kann halt nicht mitmachen. Ist halt leider so. Und im Zweifel mache ich es auch immer so, dass ich mit dem Gewinner, wenn der sich bei mir meldet und ich safe bin, dass das der Richtige ist, dann melde ich mich meistens per Sprachnachricht, weil es schneller geht und ich das Ganze beschreibe. Das ist sowieso nicht meins. Ich zeige euch jetzt mal ganz genau, was ihr gewinnen könnt. Eine PlayStation 5 mit Spider-Man. Richtig geil. Also danke an alle, die mir das gesagt haben und diesen Bot auch gemeldet haben. Ob das jetzt ein Bot ist oder nicht, kann ich euch aktuell nicht sagen. Moment, das ist die falsche Reihenfolge. Es geht eigentlich damit los, dass viele von euch genau das bekommen haben. Wahrscheinlich unter dem aktuellen Video, wo ich aufgelöst habe, wer gewonnen hat. Ich glaube, das Patchnote-Video hat es auch betroffen. Macht überhaupt keinen Sinn. Und dann haben einige von euch halt den Gewinnern gratuliert und dann kam eine markierte Antwort von mir. Du hast gewonnen. Ist klar. Dann steht da at dm Casper Fox auf und dann kommt noch Discord. Werde ich niemals sein? Also ihr solltet schon stutzig sein, wenn ich nicht über meinen Kanal antworte. Das funktioniert nicht. Ihr werdet immer offiziell. Vergleich das grob immer. Das Bild passt. Aber ich bin es nicht. Definitiv nicht. So fängt das an. Und ihr könntet weiterhin darauf reinfallen. Das geht dann irgendwann auf Discord über. Das sieht dann so aus. Und dort erzähle ich euch irgendwas vom Pferd. Und passt mal auf. Also die Rechtschreibung, Kommasetzung, das sieht alles relativ safe aus. Aber erstens gibt es hier eine Mischung aus Ich sieze euch und ich duze euch. Das wird es bei mir nicht geben. Ich mache immer du und ihr auch immer zu mir. So soll es sein. Aber da ist ein Satz. Der Grund, warum sie für das heutige Werbegeschenk ausgewählt wurden, ist, dass sie ihren Kommentar zu meinem letzten Video auf meinem YouTube-Kanal richtig informiert haben. Und da ist schon irgendwo so ein Ding, dass das einfach eine Übersetzung ist. Und vor allen Dingen kommt hier in meiner neuen Aktion, wurden sie zufällig mit der Software unseres Unternehmens. Alter, ich habe kein Unternehmen. Ich habe nur ein Gewerbe, weil ich damit Geld verdiene. Also fallt auf diese Scheiße nicht rein. Und einer von euch hat es ein bisschen übertrieben, hat das natürlich erkannt und ist noch ein bisschen weiter gegangen. Und dann geht nämlich Folgendes los. Der Hintergrund dieser ganzen Scheiße ist nämlich Folgendes. Ihr habt ja angeblich eine Playstation gewonnen. Aber die Playstation muss ja irgendwie zu dir finden. Und wie passiert das? Mit einem Paketboden. Gehtboten, UPS, FedEx, Kannpaar noch nie gehört. Und guckt euch mal an, was ihr bezahlen müsstet, damit diese Playstation zu euch kommt. Es ist kein anderer Sinn dahinter, als euch abzuzocken. Ihr gewinnt nichts. Ich würde euch niemals anschreiben, sondern ihr müsstet euch immer zuerst bei mir melden. Ganz, ganz wichtig. Und schaut bitte auch auf anderen Kanälen, die Gewinnspiele machen. Schaut da ganz genau, wenn ihr mal irgendwo mitmacht, dass falls ihr eine Nachricht bekommt, und dass das alles safe ist. Vergleiche vielleicht nochmal die Gewinnvoraussetzungen. Weil ich sage auch immer, Achtung, es gibt was zu gewinnen. Das müsst ihr dafür tun. Instagram und so weiter. Und das ist hier einfach nicht passiert. Seid da bitte stutzig. Und nur auf Instagram, das ist das Kuriose, äh nee, nicht auf Discord. Auf Discord könntet ihr jetzt wirklich denken, dass ich das bin. Mit meinem Kanalbanner. Der Name passt so weit. Es ist trotzdem nicht mein Discord. Weil auf meinem Discord-Kanal habe ich ein anderes Bild. Mein altes Bild. Ich benutze Discord so gut wie gar nicht. Deswegen würde ich euch niemals über Discord kontaktieren. Es sei denn per Privatnachricht, wenn ich vielleicht mal irgendwas will. Aber dann gebe ich mich schon so zu erkennen, dass ihr wisst, ich bin ich. Aber in der Regel über Instagram. Also, bitte nicht drauf reinfallen. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, dass mich in den letzten Stunden und 24 Stunden so viele informiert haben. Und ich möchte euch trotzdem nochmal und jetzt zu einem positiven Schwenk erinnern. Ich werde in den nächsten Tagen euch ein Paket präsentieren, habe ich im letzten Video schon mal gesagt, wo wir dann regelmäßig Verlosungen machen. Wahrscheinlich einmal am Monat, wenn ihr entscheidet, dass das eine coole Sache ist. Entscheidet ihr euch dagegen, werdet ihr mich damit, werdet ihr mich das wissen lassen und dann mache ich das nicht. Kommt das aber gut an, wird es mindestens einen Gewinner pro Monat immer geben. Und wenn ihr sagt, das ist wirklich eine feine Sache, dann könnte es sein, dass ich das vielleicht einmal die Woche mache oder aller zwei Wochen und jedes Mal jemand ein schönes Knabberpaket von bekannten Knabberherstellern und so weiter und so fort. Genaueres verrate ich euch, aber ich habe mich dazu entschlossen, bei meiner eventuell nächsten Kooperation oder Partnerschaft hole ich euch ins Boot und ihr entscheidet, findet ihr das geil oder nicht. Und wenn die Mehrheit sagt, ist geil, dann machen wir das. Es kostet euch ja nichts. Entweder ihr habt Bock, was zu gewinnen oder ihr habt halt keinen Bock. Im nächsten oder übernächsten Video werde ich euch informieren, um was es geht. Da mache ich die Box auf, zeige euch, was drin ist, probiere alles in dem Live-Video so ein bisschen, wie geil ich das finde und ihr entscheidet dann zum Schluss, geil oder nicht geil, was sind eure Favoriten und natürlich die Voraussetzungen, wie ihr dann in Zukunft gewinnen könnt. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache mit leckerem Zeug. Auch wenn ich es noch nicht probiert habe, aber einiges davon kennt man aus dem Rewe, aus dem Keine Ahnung. Es ist kein Blödsinn, es ist wirklich so ein bisschen Knabberspaß und das finde ich richtig cool. Bin ich auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Jetzt bin ich raus, informiert mich mal bitte noch unter den Kommentaren. Seid ihr auf den Chatbot oder keine Ahnung reingefallen? Übrigens wahrscheinlich irgendwas aus Kanada. Derjenige, der das nämlich so ein bisschen übertrieben hat, der ist dann auf einem Paypal-Account gekommen, der wohl Sitz Kanada ist. Keine Ahnung, müssen wir mal abwarten. Ihr habt das übrigens alle fleißig gemeldet, die mir das gemeldet haben, haben den hinterher auf Discord auch noch gemeldet, sodass das blockiert wird. Ich hoffe, dass der schnell ganz raus ist, aber seid weiterhin vorsichtig bei dieser ganzen Geschichte. Ich bin jetzt raus. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wollte euch einfach nur mal vorwarnen. Obacht, es gibt noch immer zu viele bekloppte, dumme Menschen da draußen. Die versuchen, ihr Unwesen mit euch zu treiben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.